Hallo liebe Leute, wir sind immer wieder back in the days, zack, 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 acht Sekunden noch bis zum nächsten. Ich könnte mir was kaufen, jetzt habe ich keine Zeit mehr, es geht die Reihe weiter. Beitritt läuft. Ja, hallo auch von mir hier, liebe Grüße aus dem Star Wars Universum. Was ist das Ziel von dieser Runde, Chris? Oh, richtig durchdrehen jetzt. Aber das ist auch die Map, wo ich mich das letzte Mal so aufgeregt habe. Weil die alle in einer Reihe standen. Ja, absolut zu empfehlen. Absolut zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie die Folge hieß. Irgendwas mit immer positiv gelaunt sein oder sowas. Super Folge. Absolut mal reingucken. Müsste Folge 12 sein, glaube ich. Folge 12. Also da sind wir so entspannt, das ist so schön. Ja, war mal richtig entspannt. Ja, war mal richtig entspannt. Alter, ey. Alter, was ist denn hier mit dem Ding? Ja, alles klar, funktioniert schon wieder nicht. Alter, ich bin auch so dämlich. So wie ich hier, wie ich Granaten werfe, ja. Also sollten wir tatsächlich durch Zufall... Oh nein, da kommen ganz viele, Digga. Ich weiß wo. Wo bist denn du, Alter? Ey, ich war da mitten im Kampf, Alter, und er ist hier irgendwie... Mach dir Zeit, sie raufschluss und guckt sich hier die Welt an. Hallo, hallo, hallo? Geht's ja nicht. Ich, äh, ja. Aus Gründen. Oh ja, wie kann das denn sein? Peking 1, Alter, alles klar. Müll, Alter. Nee, nicht hier dann. Nee, nein. So. So, Freundchen. Hier, wir beide, gleich, wir haben beide gleichzeitig gekillt. Wir sind hier die Killer. Wir sind die Killer. Vorsicht, Leute, da ist... Warum... Ach, die höre ich ja nicht. Aber ich höre dich. Ja, danke, Alter. D424, Alter. Alles klar. Ich bin schon wieder tot. Ich hab vergessen. Nein. Weißt du was? Ich hab dir auch die Faxen dicke. Ich stell mich jetzt hier irgendwo in die Ecke. Warte, bis hier einer langläuft und direkt vor mir, äh, auf die Fresse fällt. Was weiß ich, Mann. Peking 1, ey. Hey, alles klar. Komm. Ja. Alter, das ist ich. Alter, ich habe 1, 4. Ich habe 1, 4. Ich frage mich auch, wann wir das letzte Mal überhaupt eine Map gewonnen haben. Ich glaube nämlich auch, lieber Chris, ich glaube nämlich auch, falls sich die Zuschauer fragen, das ist nämlich, die anderen sind schuld. Boah, ich hab schon, ich hab schon wieder nicht Partnerstreifen. Ich vergess das mal. Ein Team ist nur so gut, wie deine besten Spieler. Oder wie heißt das? Ich versuche jetzt hier die Sprüche aus den 80ern raus, oder was? Ja? Nee. Das ist die alte Knappe. Das ist die alte Knappe. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Moral, unsere Moral mal ein bisschen nach vorne zu treiben. Hier, zack, 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 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ich habe schon wieder ein Comeback, Alter. Ich feiere hier mehr Comebacks als Take Z, ey. Immer ernsthaft. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Hat der dich gerade geprügelt? Ey, ich bin doch nicht mal auch so bekackt, Alter. Warum liegen wir schon wieder voll zurück? Ich habe gesehen, wie er dir eins auf die Fresse gehauen hat. Er hat mir voll mit Kopfschmerzen gesehen, Alter. Alles klar, ich bin schon wieder tot hier. Ferdinand G, Alter. Alter, in unserem Team heißt einer Dexter Morgan. Ja, von dem würde ich mich ja wachmelzen. Das sehe ich aber auch so. So. Vielleicht ist es auch einfach nicht unser Spiel. Ja, das sterben wir ja auch immer. Aber immerhin erst mal mit Level 30. Ich sterbe überhaupt nicht. Alter, hier. Alles da. Hakan Erlanzon. Ich kann keinen Partnerstart machen. Es muss so sein, dass die aus der Hüfte schießen und mich sofort treffen, Alter. Und ich irgendwie nicht. Das kann man nicht sagen. Ja, weil die Zeit, die du verbrauchst, zum Zielen, nutzen die, um gleich zu ballern. Deswegen, wenn du durch irgendwelche Gänge gehst, sollte man auf jeden Fall die Knarre auf der Hüfte lassen und da gleich schießen. Ich bin schon wieder tot. Ey, was gibt es denn da zum Lachen? Die Schnauze. Mir wird nicht gelacht. Der Onkel, der sitzt neben mir und lacht sich tot, ey. Alter, ich... Ey, das kann nicht wahr sein. Ich hab keinen Bock mehr. Das kann doch... Jetzt schon wieder so ein Thermaläumel, Alter. Boah, ich stelle mich aber auch manchmal an wie so ein... So, von mir ein kurzes, äh... Alter, ich hab die Granate gegen die Wand geworfen. Alter, ich hab ein Thermaläumel. Chris, jetzt pass auf, jetzt geht's ab. Ja. Mach irgendwas. Bäm, Alter, nicht eingekillt. Alles klar. Da standen... Da standen eben noch 100 Leute, jetzt steht da gar keiner mehr. Plötzlich kommt einer von hinten, der schießt mich. Ey, Leute, ich bin nur Kanonenküter, Alter. Ey, hinter 4 10 und 4 11. Ne, drumherum ist es super. Ja, 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 ja. So, ja, vielen Dank. Ey, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dieser wundervollen Folge, die eigentlich auch schon wieder gar nichts gebracht hat. Doch, ich bin Level 27 geworden. Na, toll. Ich bin Level quasi auch nicht. Ich weiß es mir eigentlich auch scheiße geil. Liebe Leute. Ah, ich bin Rang 19 oder was? Ne, Rang 20 bin ich. Was bist du jetzt? Rang 20, oder was? Es wäre aber auch ganz cool, wenn wir uns mal benehmen würden, als wären wir Rang 20. Rang 20. Und Rang 27. Ich bin jetzt Rang 27, Chris. Was kriege ich mit Rang 27? Nichts. Also, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, weiß ich auch nicht was. Wir können gar nichts. Wie immer. Tschüss. Tschüss.